Das klingt ziemlich langweilig. Ich werde euch diese Proben in kürzester Zeit beschaffen, Meister Tillin. Jaja, das ist ja auch wahr. Das klingt ziemlich langweilig. Am besten ist nur noch jeder ein hässlich. Das klingt richtig langweilig. Das klingt richtig langweilig. Dankeschön. Immer wieder gerne. Missionsgegenstände. Äh, so, äh, wo müssen wir denn jetzt noch hin? Gibt's hier noch ne Quest irgendwo? Äh, ne. Alles klar, dann latschen wir mal weiter Richtung da oben. Oder? Was sagst? Wo müssen wir denn hier her? Hier rum? Ich glaub da rum. Ich glaub wir können auch hier rum ne? Wir müssen wahrscheinlich auch hier rum. Die letzten Verteidiger. Setze die Dingsucher aufs Gefecht und scanne sie. Wer sind die? Hier die Ritter. Hallo. Es greift uns an. Ich hab was entdeckt. Ich auch. Unter irgendwas. Noch was. Noch was. Nee, Codex Eintrag. Äh, nee. Wir müssen hier mal eben kurz mit dem da reden. Der da. Nicht dem da. Der da. Nicht dem da. Du bist wunderbar. Mir ist egal was die Meister sagen. Wir beweisen ihnen, dass sie falsch liegen. Komm her. Küss mich. Oh. Ja. Moment. Äh, jetzt werd ich hier grad vorgespammt. Lasst euch nur nicht stören. Ich störe nur ungern. Wer seid ihr denn? Es ist nicht so wie ihr denkt. Ihr seid verliebt. Ich denke, ihr habt eine Romanze. Na schön. Es ist doch so wie ihr denkt. Hm. Spanias. Verzeih mir Liebling, aber ich bin das Versteckspiel Leid. Der Orden liegt einfach falsch. Ängste. Lichtgefühle sind die Feinde der Jedi. Fälschlicherweise fürchten die Meister Gefühle und verwehren uns damit etwas Wunderbares. Ich glaub das nennt sich eher Zoffen. Hm. Nur dank unserer Liebe arbeiten wir so gut zusammen. Nur so haben wir diesen seltenen Lichtschwertkristall gefunden. Unsere Leidenschaft bleibt im Orden also in Wahrheit. Na her damit. Vielleicht habt ihr recht. Aber es steht mir nicht zu, darüber zu entscheiden. Na. Spanias. Hilf mir diesen Emporkömmling zu überzeugen. Uns nicht zu verraten. Emporkömmling? Ich liebe dich Morassens. Wenn du glaubst, wir müssen uns verstecken, dann müssen wir euch das. Aber es könnte ein Opfer nötig sein. Der Kristall. Du hast recht Liebling. Ja her damit. Wenn ihr den Meistern sagt, dass wir keine Beziehung haben, geben wir euch diesen mächtigen Kristall für euer zukünftiges Lichtschwert. Können wir so euer Schweigen erkaufen? Das entscheide ich, wenn ich zu den Meistern zurückkehre. Wir hoffen auf eure Güte. Sagt den Meistern, dass ihr hier nichts Verdächtiges vorgefunden habt. Dann kommt wieder her und wir geben euch den Kristall. Ich soll erst zurück? Wagt es nicht uns zu hintergehen. Wenn ihr das tut, werden wir es erfahren. Ach man. Das gibt's ja wohl nicht. Die können uns auch den direkt gleich geben hier. Hier vorne links ist irgendwas. Ja wir müssen hier, äh, was müssen wir denn hier machen? Setz die Thionyschen Suche außer Gefecht. Wo sind denn die? Vielleicht sind wahrscheinlich die da hinten, ne? Ich würd sagen die hier. Ah, hier sind welche. Ich hab welche. Hab einen. Ich hab auch ein paar. Aber ich hab grad nen Bewacher bekämpft, deswegen hat das ein bisschen länger gedauert. Bonusziele. Bonusziele? Ja. Zerschöre die Thionyschen. Was hast denn du als, äh... Ja genau. Achso, das sind 3 von 15. Ja, alles klar. Hab ich auch. Diese Bewacher. Hallo. Oh, das tut mir leid. Harput. Gibt's hier was? Hm. Wieso tötet er die alle? Hallo, lass uns mitkommen. So. Ist ja schlimm. Ich geh mal hier ein bisschen gucken. Ich hab hier noch welche sind. Ich hab hier noch welche sie sind. Ja, bei der dann... Der macht das Land kaputt. Hallö. Schön. Ja, ich bleib hier. Da hinten sind welche. Hm, ich hab's auch gesehen. Das sind noch mehr 13 von 15 hab ich Das sind so komisch heiße ich in der Wache Oh, schon fertig? Die Bonus-Mission? Ja, meine auch So, da gehen wir weiter Wir müssen diese Suche kaputt machen und scannen, wie geht denn das? Haben wir hier so ein Ding im Inventar? Positionspeil gerecht Keine Ahnung, wie wir die scannen Ja, das ist eine gute Frage Druidenscanner benutzen Wo ist denn du jetzt? Im Inventar, Missionsgegenstände Druidenscanner? Steht da, 7 Scannerfehler, Ziel kann nicht gescannt werden Bei Missionsgegenstände wahrscheinlich Ja, da wird Druidenscanner Boah, hier spawnen sie gleich erstmal um einen rum Ist klar Wie viel muss ich denn scannen? Sechs Stück Einen noch brauchen wir Mir geht's irgendwie nicht Du musst sie anklicken und dann kannst du das Ding benutzen Geht nicht Ah, bei mir geht das aber Vielleicht hast du die schon gescannt Kann ich die auch scannen hier? Ne, die geht nicht Äh, wo liegt denn noch einer? Ja, ne Selten, sondern weil ich die mal eben kaputt Neue Äh, ich nehm... Na, komm schon, da Ich nehm den hier Ich scann den da, komm rein Lalalala So, fertig Super Äh, was müssen wir jetzt noch machen? Müssen wir da... Ah, da hinten müssen wir noch rein, alles klar Und dann müssen wir wieder zurück Ja Ich bin rumgelaufen, ne? Müssen wir denn hier rein? Ja Ah, ne, falsch Da haben wir jetzt So Hier Da bist du Ja, dann los Oh, ist hier der Storybereich? Oh, ist hier der Storybereich? Mhm Ja Da bist du Ja, dann los Dann machen wir den noch, oder machen wir jetzt mal einen Cut? Ich glaube, Essen ist fertig. Ist mir eigentlich wurscht, sollen wir hier erst... Ja, dann machen wir jetzt erstmal hier einen Cut. Draußen oder hier drin? Draußen. Okay. Okay, dann würde ich mal sagen, bis zur nächsten Aufnahme. Tschö! Ja, würde ich nochmal sagen. Tschöö.